das ist doch nicht dein ernst machen wir das jetzt im düstchen das ist doch ein bisschen weg rangieren und wenn da wieder so ein bisschen Platz ist, retten wir rüber ja ich habe vorhin die ganzen Typen da hinten, die sie da vorbereitet haben umgeballert nicht zu evakuieren, halten sie auf so die scheiß Miliz dahin du hast den Leon heute weg heute ich schiesse auf den, aber das juckt ihn ja gar nicht doch doch, Taten stecken die Zwei stehen aber auf der Mitte in der Masse boah, Junge lass mich los was getiert ey nicht schon ich muss nicht wo die Leer oh jetzt bin ich auch nicht getiert gib mir auf, gib mir auf der wird ja gern so, bist du hin? ich liege da vor dir ging nicht ging nicht ach, schau mir ist der Kopf abgefallen wer ist der? ey die gehen, ey guck dir die Bärte an die latscht da direkt rein, guck dir das an wir wirst doch mal höher was ist ne? die latscht da direkt rein ja ist doch so was ich glaube, wenn du erst gar nicht auf die Zombies schießt, dann kommt die erst gar nicht ich glaube, ich habe hier voll Schussanlage auf den scheiß Leon da habe ich vorhin auch gemacht, das bringt gar nichts das bringt was? ich habe dir doch vor uns erst schon zwei mal weggegangen nein, du musst erst die Typen da hinten flatt machen zumindest ein paar davon so, weg ist er jetzt ja was geht ja was geht das ist kein Boyz das ist kein Boyz das ist... brech ei ok, wie machen wir das jetzt? Granate! Granate! naja... wir rennen da jetzt einfach mal hin Och nicht schon, oder einfach mal hinrennen ich hab doch genug Granaten Ich hab doch genug Granaten Granate! Vorsicht! Vorsicht! und schon ist die Tür offen da hab ich was ganz besonderes für euch aber auch nicht hier ist meine Botschaft, ein Ei das sagt, oder auch nicht wenn ich in der Masse fast bin Ach nein Alter, eben waren da, war da frei und auf einmal stehen da 50 Leute vor mir ja ich bin drin, ich bin tot Alter, das gibt es doch nicht das hätte aber fast funktioniert aber eben nur fast ist er weg? nö, ist er nicht ja dann jetzt ist er weg ich hab... ich hab drei Typen du musst dich doch erstmal ein paar Mal treffen ich hab drei Typen hier umgehauen mehr Spezialeinheiten nähern sich euch um die Überlebenden zu evakuieren haltet sie auf Granate! in Deckung! Achtung! Feuer! Antivirus-Spray Boah, ich schieße nicht immer noch Ihr gehört also zur Umbrella, hm? Dann hab ich was ganz besonderes für euch auf Lager Wer fragt, wie ist meine Botschaft, ein Umbrella? Vorsicht! Nein! Was? Oh, der beißt mich ein, Maun, ich fall direkt um Das ist doch nicht wahr Wenn du jetzt gemerkt hab, du musst in Bewegung bleiben Du bist hin und her gerannt, hab eine Granate reingeworfen Bin wieder weggerannt, bin wieder dahinter Was? 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 Ich schies che Typen da hinten ab Die Feuer frei! hallo es würde die türen hier schon wieder ich bin infiziert so weg wenn ihr zuerst hilfesprägen mehr spezialeinheiten ich wollte wieder einmal ich nicht Scheiße! Jetzt bin ich auch infiziert, Alter! Da kamen 5 Zombies auf mich zu. Tot! Das ist so sinnlos! Das ist so eine Scheiße jetzt hier! Wo bist du? Liegt hier rum! Nein! Ich bin ein Zombie! Mach gerade irgendwelche Kunden platz! Ach, das ist schön! Alter, das gibt's doch gar nicht! Wissen Sie doch? Welche Schwierigkeitsgrad haben wir? Normal! Normal! Nicht easy! Nein! Normal! Du wolltest normal! Kann man die Schwierigkeitsgrad rumstellen wieder? Äh... Kann mal gucken, aber... Äh... Nicht hier! Kann nur sagen, Spiel verlassen und Spiele einladen! Und Option! Was? So, Option zu finden! Ich hab nur Option, Spiele einladen und sie verlassen! Ja, Option ist doch echt Schwierigkeitsgrad! Das wage ich zu bezweifeln! Audio, Video, Spiel, Controller! Spiel! Ja, da ist Hilfetexte und Untertitel! Das sind nur so... Pippel... Genau! Das war nur so ein... Pippelmenü hier! Das gibt's nicht! Ihr gehört also zur Umbrella, hm? Dann hab ich was ganz besonderes für euch auf Lager! Ich bin infiziert! Och, Hunde! Ich bin infiziert! Nee, keine Sorge! Du schießt nicht auf mich? Seid ihr doof? Äh... Keine Mutti Schuld mehr! Verdammt! Komm her! Bring da was mit! Neee... Achtung! So wie da hast du ein Ding sprain! Ein Infizierungs sprain! Oh! Was geht denn hier? Och, Leute! Ich blute! Ich blute! Ich bin infiziert und muss mich selber heilen! Ich hab Infizierung... Ach so... Ich hab Infizierungsspray! Ich hab mich gerade selber geheilt! Hast du Infizierungsspray gehabt oder was? Ja, ja, ja! Weil heilen ist nicht gleich Infizierungsspray! Nein! Ich sterbe! Hilfe! Ich lief grad so gut! Oh! Ich wollte dir helfen, aber... Naja! Ey, wie soll man das schaffen? Da ist der! Ich wär ja dafür, dass wir vielleicht sagen... Komm, wir machen noch mal kurz nen Abbruch... ...und du machst mal leichter... ...und du machst mal leichter... Es geht! Ja, dann mach wir das mal... Okay! Mach mal ein Cut! Mach mal hier... Nein! Lass sie bluten! Cut!